So, mit deinem Gepäck bin ich heute wieder unterwegs. So, grüß euch alle miteinander. Ich bin heute nach langer Zeit wieder einmal unterwegs. Ich mein, Waldlager-Camp, aber keine Ausmeldung, aber nur salatmäßig, ja, und wir da ein paar schöne Stunden verleben, würde ich einmal sagen. Gut, wer Bock hat, bleibt dabei. Ansonsten abschalten. Bis später. 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 ist für heute wieder der kurze besuch im waldlager camp beendet und bis später ich hab dann wieder alles sauber zusammengeräumt den rucksack wieder so herkriegt zum abmarschieren und wir sind jetzt da unterwegs richtung parkplatz bis später ich sag dann danke fürs mitkommen und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten video gesund bleiben bis dann wieder alles sauber verstaut und ab nach außen